Endlich wieder Sommerpausen sausen. Ich frag mich, dass die anderen Bratwuhl alle so machen. Hm. Jochen Stürzer auf Wahlveranstaltung von Donald Trump. Nix passiert, Gott sei Dank. Naja, zumindest Donald Trump geht's gut. Von Jochen haben wir seitdem nichts mehr gehört. Sommer, Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sommerpause, Sause, Sommer, Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sommerpause, Sause. Na, da haben wir uns wieder am Strand getroffen. Ja. André. Ja. Einfach mal einen schönen Strandurlaub. Nicht so viel Reisen wie die letzten Jahre. Wir sind jetzt einfach immer am Strand. Ein bisschen entspannter sein. Genau. Weißt du was, Hubi? Weißt du, was mir jetzt auffällt? Nein. Also wir nehmen doch jetzt hier so am Strand mal einen Sonderfall auf, die Sommerpausensause. Sommerpausensause. Ah, und da muss ich so zurückdenken an unsere erste Sommerpausensause. Die war auch nur mit uns beiden. Nur wir beide. Ja. Haben wir Pause gemacht vor den anderen. So wie heute. Wir sind klug. Damals, weil die keine Zeit hatten. Jetzt, weil die uns nicht mehr leiden können. Genau, weil wir wieder gemerkt haben, wir sind dann doch die Besseren und das sind keine guten Freunde für uns. Kein guter Einfluss. Genau. Muss man entfernen. Ja. Bald mache ich dann den Podcast alleine, oder du? Ja, ja. Irgendwann wird es so kommen. Das ist nun mal die logische Schlussfolgerung. Aber darauf können sich die Zuhörenden ja jetzt freuen ein bisschen. Genau, bis dahin haben sie noch, ist auch noch ein bisschen Spaß dahin, ja. André, ich finde die Sommerpausensause ist für die leichten Themen. Die leichten Themen, die leichte Kost. Na klar. Und deswegen schlage ich dir vor, dass wir in der heutigen Folge den Nahostkonflikt lösen. Oh, wie lösen wir den Nahostkonflikt? Gazastreifen und so, ne? Richtig. Ja, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Oder, ach nee, Moment, warte mal. Ja? Nee, heute ist dran Anime-Empfehlungen und Manga-Empfehlungen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, vielleicht kann man damit ja den Nahostkonflikt lösen. Vielleicht so. Ja, wenn die mal alle One Piece lesen würden, da. Ja, eben, genau. Ich finde die denken, ach so. Ach, stimmt. Ich muss jetzt hier erstmal über 100 Bände nachholen. Das dauert jetzt erstmal. Erstmal Frieden so lange. André, hast du mitgekriegt, dass das One Piece jetzt in echt gibt? Also, nicht die Netflix-Serie, sondern irgendwo in einem asiatischen Land, das nicht Japan ist. Da ist irgendwie ein Schiff versunken mit Gold. Nein. Oder so, ich glaube ich. Irgendwas war auf jeden Fall, dass da was Wertvolles irgendwo ist. War da so ein Typ, der auf dem Schiff war und gefangen gehalten wird und dann so eine riesige Rede vor einen hält und sagt, dass er seinen Schatz verkraben hat und man muss ihn nur suchen. Und das hat dann eine neue Ära entfacht. Ja, der Mann hatte, glaube ich, den traditionellen japanischen Namen Gold Roger. Okay, gut. Und er hat gesagt, ich habe den größten Schatz der Welt verschickt. Und dann ist das halt untergegangen. Und jetzt sind da halt in echt ganz viele Menschen, die da so hinfahren und so lustig halt. Krass. Mit so lustigen Pfoten teilweise. Klingt so ein bisschen wie, ähm... Jetzt kommt mir der YouTuber nicht in den Kopf, der immer so alles nachmacht, der auch Squid Game imitiert hat. Du kennst den auch, du kennst den auch. Ähm, der, der, die, die Cuts, die er macht in den Videos, sind immer sehr schnell, immer sehr rasant. Ähm, so hektisch. Ähm, MrBeast, glaube ich. Ja, MrBeast. Ach so, ja, stimmt. So nach einem MrBeast-Format irgendwie. Da ist sogar eine Folge drüber aufgenommen. Konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, der das mal gemacht hat. Ähm. Ja, nö, ich, also das ist, glaube ich, keine Gameshow. Das ist einfach das... Das Leben. Das ist halt echt. Irgendwie, glaube ich. Aber so genau weiß ich es nicht. Kann auch AI alles nur sein. Okay. Heutzutage. Aber fand ich gut, die Idee. Aber die, die, die Boten, mit denen, die unterwegs sind, können die keinen großen Goldschatz heben. Nicht? Nee, aber... Einfach den Supermagneten runterschicken und der nimmt dann alles mit. Das wäre halt sonst auch noch eine Idee gewesen, dass wir in der Sommerpausensause dahin segeln. Sehr gut. Aber stattdessen können wir auch über One Piece reden. Kurz, weil darauf kommen wir dann auf unser eigentliches Thema. Ich habe ja One Piece jetzt durchgelesen. Ja. Also durchgelesen ist relativ. Du bist einfach jetzt up to date. Ja, genau. Also von seit Kapitel 1 bis jetzt Kapitel 1119. Habe ich gelesen. Das ist der Stand der Aufnahme. Das ist jetzt der aktuelle Stand, das stimmt. Aktuellste, genau. Und ich habe jetzt halt Bock, noch weiter Manga zu lesen. Weil ich jetzt so gewohnt bin, immer mal wieder einfach so ein Kapitel zu lesen. Also du bist jetzt sozusagen durch One Piece wieder in das Manga-Game eingestiegen. Ja. Und hast jetzt Bock, weitere Mangas zu lesen, die es halt, ja, gerade so gibt. Und dann musst du dir noch einen Schrank zu holen zu Hause und den füllst du dann langsam mit Mangas. Na, ich habe ja das Shonen Jump App mir mal geholt für 4 Euro im Monat. Ach so, ist das dann auf Englisch oder wie? Das ist dann auf Englisch. Ja. Und, äh, da gibt es ja halt noch mehr. Aber du kannst mir auch andere Manga empfehlen. Okay. Komm dann da schon ran. Ähm, das Ding ist, beim Manga bin ich echt nicht so belesen. Hahaha. Weil, äh, ja, ich lese wirklich aktuell nur One Piece. Sonst nichts. Ja, sehr gut. Ich konsumiere aber ganz viel Anime. Ich werde mal noch, dann nochmal, wenn Katrin mit dabei ist. Katrin fragen, weil ich weiß, die liest gerade Manga. Okay, das stimmt. Katrin könnt ihr bestimmt ganz viel empfehlen. Die liest zum Beispiel gerade My Hero Academia, was bald abgeschlossen ist. Genau, das sieht wirklich nach Abschluss aus, äh, anhand der... Oder angekündigt. Ja, auch anhand dem, was im Anime passiert, ist, das klingt schon sehr abgeschlossen, sag ich mal. Also, es geht in Richtung Abschluss, was ich in Ordnung finde. Also, da soll mal zu Ende gehen, bitte jetzt. Das hat auch 490 Kapitel oder irgendwie sowas. Oh, krass. Das ist ja auch nicht so kurz. Da hab ich gedacht, dass ich da jetzt wieder reingehe. Das hab ich ja auch mal angefangen zu lesen. Stimmt, das hattest du bei dir mal rumliegen, wo wir bei dir zu Hause waren. Ja. Und da konnte man das auf Toilette lesen, wenn man Bock hatte. Genau. Da war das noch, wo das noch gar nicht bekannt war. Krass. Und dann hab ich das gar nicht weiter gelesen. Stimmt, war das noch vor im Anime? Kann das sagen? Ja, ja, klar, klar. Ich erinnere mich, dass ich das bei dir rumliegen gesehen hab und davon geredet hast, wo das noch gar kein... Also, wo ich den Anime noch nicht konsumiert hatte. Ich weiß aber nicht, ob's den da nicht schon gab. Ich fand das immer gut. Und das hatte auch mal einen Hype, aber der war irgendwann vorbei. Aber ist mir ja egal. Ich konnte das ja dann jetzt lesen. Also, der Hype ist definitiv vorbei. Er kann nicht schon mal üben, wie das dann mit One Piece wird. Genau. Weil da bleib ich ja jetzt auch dran. Ja, was du jetzt machen musst, ist jetzt den Anime weitergucken. Es könnte halt tatsächlich sein, André, dass wir jetzt dann bald ein One Piece Podcast werden. Jaja, das ist einfach jetzt so gehypt, das muss jetzt mal passieren, das stimmt schon. Naja, das wird auch bestimmt wie so Buffy-Länge sein. Wir werden ja, na, vor allem, wir werden ja die One Piece-Folge bald schon machen. Wir haben ja schon eine One Piece-Folge gemacht mit der Netflix-Serie, aber wir machen nochmal die richtige One Piece-Folge. Und dann werden wir ja immer mal wieder so alle paar Monate eine neue One Piece-Folge machen, wo wir über die neuen Kapitel dann... Okay, krass. So weit, so flexibel sind wir gerade mit dem Nerd Show Podcast, okay, das ist in Ordnung. Das wird so werden, das ist dann ein neues Ding, so wie Abschnacker. Abschnacker, der ja auch wieder da ist. Ja, ab und zu mal. Jetzt dann ab und zu mal so eine One Piece-Folge. Okay. Dann gehen wir da voll rein in das Ding. Ja, okay, also ich freue mich schon drauf, wenn wir das dann mal behandeln. Ich werde mich da richtig hart vorbereiten, es sollte aber nicht haurugmäßig angekündigt werden. Wir müssen das schon langfristig planen, denke ich. Das ist jetzt hiermit angekündigt. Hiermit angekündigt. Nächste Woche. Nein, ja, jetzt bald mal irgendwie, irgendwann. Es wird dann schon, denke ich, so ein planmäßiges Ein-Thema sein, ein Podcast-Thema. Und dann wird das wie Buffy sein, also immer dann so nach acht Stunden raus. Mhm. Das ist vielleicht was für ein Workshop mal. Ah, weil ich jetzt aktuell nicht so bei den Workshops dabei bin. Und Philipp will vielleicht, ach nee, Philipp weiß nicht, ob er dabei ist generell. Doch, 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 Philipp wird bestimmt auch was dazu sagen wollen. Weil der liest das ja jetzt auch nebenher. Ein Samstagabend, wo wir viel Zeit haben. Wie gesagt, langfristig planen, per se rennt uns nicht weg. Aber einfach, jeder nimmt einen Tag Urlaub. Ja. Und dann machen wir das. Genau. Okay. Fangen wir morgens schön an, bis abends. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das klingt doch schon mal nach einem guten Sommerpausensausen-Ding, dass man doch die Leute drum bittet, lest doch jetzt in der Sommerpause einfach mal die One-Piece-Kapitel nach. Alles nochmal von vorn. Genau. Man kann die auch kostenlos, ich glaub bis Band 10 oder 14 lesen oder 12, irgendwas von den drei Zeilen. Ich glaub 12 oder 14 war's. Weil das ist, was beim Real-Life One-Piece da vorkommt. Man kann den tatsächlich komplett umsonst lesen. Die App, die ich hab, die kostet nix. Ja. Und dann kannst du jedes Kapitel einmal lesen. Oha. Aber dann wahrscheinlich auf Englisch? Auf Englisch. Und dann hast du manchmal nicht so geile Übersetzungen von damals, die dann schon krass sind. Das wird eh auch ein Problem, glaub ich, dass ihr das alles auf Deutsch kennt und ich hab so die englischen Begriffe. Nämlich manchmal anders. Ja, ja. Aber so Redewendungen werden immer anders gelöst und so. Also ich kenn per se ja jetzt auch nicht die offizielle Übersetzung, sagt man's mal so. Okay. Ich kenn die Fanservice-Übersetzung. Ich hab auch ein paar Mal die Fanservice-Übersetzung lesen müssen, wo ich noch nicht die Dings-App hatte. Ja. Die bezahlte Version der App. Weil, ähm, manchmal ist die, die ist nicht so gut manchmal, wenn man aufhört zu lesen mittendrin, dann fängt die halt einfach, überspringt die das Kapitel hin und dann ist blöd. Ähm. Deswegen hab ich mir dann, mich erpressen lassen hat man ja dann ja die echte App gekauft. Aber vorher hab ich ein paar Mal das dann auch auf so einer, ähm, Fan-Seite, zwinker, zwinker, gelesen. Das wär immer cooler. Das wär immer viel härter alles irgendwie. Die fluchen da viel mehr. Das ist immer so, fuck, äh, bitch. Bitch, ja, bitch. Und bei der offiziellen englischen Version ist das dann halt immer, oh no, you stupid. Mit, oh, oh. Aber, ähm. Ja, macht ja nix. Macht ja nix, okay. André, was sind deine Anime-Empfehlungen für den Sommer? Was für ein schneller Übergang. Ja, also wir wollen ja eine kurze Folge aufnehmen. Und wir haben uns gedacht, Mensch, die erste Folge irgendwas mit Anime. Ja, und One Piece ist da schon ein schöner Vorreiter. Da ist es auch eher so eine Manga-Empfehlung. Manga-Empfehlung selber, wie gesagt, machen wir über Katrin nochmal. Nun gut, ähm, ja, es gibt, äh, ja, viele Animes, ähm, die, äh, sich in unser Fleisch reingebrannt haben. Und dann glorifiziert man die und dann sind die für immer geil. Ja, so wie One Piece zum Beispiel oder, oder Naruto. Nee, ähm, Dragon Ball ist, denke ich, immer so ein Ding. Dragon Ball Z und Dragon Ball, was ich als gut empfinden werde, für immer. Ja. Ähm, und wahrscheinlich, wenn ich es neu konsumieren oder wieder konsumieren sollte, dann werde ich immer diesen nostalgischen Blick haben. Also ich werde da nicht, äh, ja, irgendwie Probleme sehen. So, dass vielleicht die Story kacke ist oder vielleicht nicht durchdacht oder so. Weil da gibt es so viele Dinge, die ich da rausnehme, dass ich dann sage, das gefällt mir. Das heißt, neue Animes, die müssen halt mehr bieten. Die können halt nicht mehr so einfach sein. Die, äh, ja, müssen irgendwas aus dir herauskitzeln. Und, äh, diese vier Animes, die ich jetzt hier nennen werde, die sind wirklich top aktuell und top und, ähm, high ranked, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, das, ja, ihr solltet das einfach direkt konsumieren. Auch, ähm, mit deutscher Synchro. Mal gucken, ich gucke. Ja, deutscher Synchro ist überall vorhanden und die ist auch super. Die ist richtig gut. Ähm, ja, fangen wir mal an. Ähm, Huggy, äh, wenn du in den Wetterbericht schaust. Ja. Äh, da fallen so immer mal so ein paar Begriffe, ähm, die man so verwenden kann. Zum Beispiel, wenn es kalt wird, dann friert man, so, so in die Frieren Richtung gehen. Dann kommt ein starker Wind, ähm. Genauso sprechen die bei mir im Fernsehen. Genau. Und, äh, bis das Wetter kommt, das liegt noch ein bisschen fern. Ja. So, das waren jetzt fast richtige, äh, Namen, die dort verwendet wurden. In dem Anime Frieren. Äh, denn... Wie heißen die dann? Wetter? Nee. Aber das war nur ein Beispiel. Also, es gibt eine Truppe, die dort vorkommt. Und die, ähm, die besteht aus dem Namen Frieren. Ja. Stark, fern. Und manchmal gab's einen, der ist Himmel und dann gab's noch, ähm, oh, jetzt fallen mir gerade keine anderen mehr ein. Heiter gab's noch. Ähm, aber das sind halt so auch Begriffe, die du fürs Wetter verwenden kannst. Äh, das sind auch im Original so. Also, die Japaner, wenn, wenn die jetzt über die Figuren reden oder die Figuren reden über die anderen Figuren und nennen die Namen, dann sind das genau diese deutschen Namen. Frieren. Mhm. Fern, was auch immer. Gut, ich, äh, bin ein bisschen weit ausgeschweift. Also, ich empfehle euch den Anime Frieren. Ist ein Fantasy-Film, der aber so eine, eine Konfi-Sache ist. Also, nicht so extrem actionreich, aber gibt ein gutes Gefühl. Richtig gut ausgearbeitete Figuren. Ähm, es gibt auch Action und es gibt auch ein, sagen wir mal, ein messbares Power-Level. Das ist so nebenher laufend, aber es ist trotzdem interessant für mich. Und, äh, ja, also, wenn meine Freundin Isa da den Anime auch richtig gut findet, kann's nur gut für alle sein, weil die ist dann halt so ein Indikator für, für die Masse, für die breite Masse. Damit die dich auch nicht anmeckern, dass sie irgendwie eine Scheiße gucken. Genau. Und, ähm, ja, also jede Folge hat so, oder mehrere Folgen hintereinander haben so eine eigene Story für sich, aber die sind alle gut gemacht, gut geschrieben, ähm, gute Dialoge und man fühlt's einfach mit. Und der Plot ist einfach, was ist, wenn der Dämonenkönig jetzt besiegt wurde und die Heldentruppe wieder zurückkommt, was ist dann? Dann ist ja so eine Art Frieden, aber, äh, für die Elfe Frieren ist das halt der Anfang des Abenteuers, denn sie wird ja bei Weitem nicht so alt wie ihre Gefährten und ein paar Folgen später sterben schon dann die ersten Gefährten von ihr, weil die Zeit so wegrafft und die denkt sich so... Also, die stirbt nicht so schnell wie die. Also, wenn ein Mensch halt ja um die 80 Jahre bis 100 Jahre alt wird, die wird vielleicht 1000, 2000 Jahre alt. Also, für die sind 10 Jahre nichts. Das ist so wie, fünf Minuten am Bus warten ist für die wie ein Jahr. Ja. Also, Pille-Palle. Und im Verlauf der ersten Staffel erfährt sie aber auch schon so eine Charakterentwicklung und kriegt immer mehr Gefährten hinzu. Und ihr Hobby ist es, Zauber zu sammeln, Zauberrezepte. Und mögen sie noch so unnütze sein. Also, quasi wie Kochrezepte nur im Kontext zum Zaubern. Genau. Also, Konfi-Anime kann ich nur empfehlen. Hat auch eine gute Bewertung und gönnt's euch. Ähm. Was nehmen wir als nächstes? Vor allem ja eine ganz klare Empfehlung. Genau, weil du es gesehen hast. Ja. Hast du... Das ist jetzt eine Adaption aus einer Plattform, einer Manga-Plattform, dessen Name du weißt, der mir jetzt nicht einfallen will. Es geht ums Solo-Leveling. Webtoon ist das, genau. Ich glaub, das ist eine Adaption von Webtoon. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Und war da schon recht gehypt. Und die erste Staffel, ich glaub nur die erste Hälfte auch bisher, also zwölf Folgen geht das, knallt ordentlich rein. Also... Geil. Krasse Suspens. Du fühlst immer mit deiner Figur mit. Die fängt super schwach an, wird immer stärker. Und selbst wenn du denkst, die ist jetzt sehr stark, gibt's immer noch etwas, was ihm entgegenkommt. Und das liebe ich, wenn im Anime Figuren, auch wenn sie noch so overpowered wirken, immer noch eine Watsche abkriegen könnten. Und nicht so wie irgendwelche Billo-Animes, wo die overpowered sind. Das ist immer langweilig, weil du weißt, wie's ausgeht. Ja. Und die spielen auch nicht damit. Also die spielen nicht mit Spannung. Und das ist scheiße. Und hier, on point, alles gut mit Spannung gemacht. Und, ähm, das Worldbuilding ist, bei unserer Welt, die wir jetzt hier grad haben, erscheinen auf einmal Portale. Und, äh, Portale, die zu, sagen wir mal so, Fantasy, äh, Dungeons führen. Denn da sind auf einmal Monster, die halt aus Fantasy, äh, Fabelwesen und so weiter zu, zu entnehmen sind. So Goblins, äh, und, und, ja. Und Drache. Und Drache. Oder, also, Drachen gab's jetzt doch, na, Drachen gab's glaub ich schon. Äh, auf jeden Fall auch sehr, also es gibt einfach Monster, die es einfach nicht geben könnte in diesen, äh, Zwischenwelten, würd ich sagen. Deswegen, per Definition, würd ich sagen, ist es auch ne Art Isekai. Weil Isekai ist ja nur Anderswelt. Und du kannst in diese Anderswelt ja reingehen und da deine Sachen machen. Und, ähm, ja, und je nachdem, seit dem Ereignis das passiert ist, es ist noch alles sehr unbekannt. Ich denke, da gibt's dann irgendwann mal ne Erklärung. Ähm, bist du erwacht? Oder manche Menschen sind erwacht und mit diesen Erwachen hast du dann so nen Power-Up gekriegt. Und je, je, je stärker dein Power-Up ist, desto höher ist auch dein Rang. Also, wenn du S-Rang bist, bist du halt ein krasser Ficker. Und wenn du das Schlechteste bist, bist du ein E-Rang, war das, glaub ich. Und rat mal, wie, welchen E-Rang, welchen Rang unser Protagonist hat. Den E-Rang. Und der ist halt nur so ein, so ein Dulli, der nur Sachen bei sich trägt. Und, ähm, ja. Aber wie soll der denn dann klarkommen? Ja, also, es fängt auch so an, dass er mithilft bei einer Gruppe, weil wenn du so ein Dungeon betrittst, ist das halt ein Raid, kennt man aus WoW. Äh, und da sollte man immer so eine gewisse Mindestanzahl an, äh, Mitteilnehmern haben, damit das dann so passt. Weil das die Organisation, die darüber steht, das so entschieden hat, aber das ist jetzt zu viel. Ähm, und er ist dann halt nur so Füllware, ja, der, der ist nur hier Mindesterfüllung. Und er ist auch, sag mal mal, im Weg, weil er kann nur Sachen tragen. Und wenn er verwundet wird von so einem billigen Goblin, dann muss er direkt gehealt werden von einer Healerin, die dabei ist. Und, ja, fängt alles sehr harmlos an. Und, äh, da müsste ich jetzt, sag mal mal, die ersten zwei Folgen spoilern. Aber das gehört jetzt halt dazu, zu dem Erklären, wie man einen auf die Serie heiß macht. Äh, die kommen in einem Dungeon, in einem Dungeon, das gab's noch nie. Und da passieren mysteriöse Ereignisse, die ich jetzt, sag mal mal, nicht spoilere. Aber es ist alles sehr übel. Einfach richtig, richtig üble Scheiße, die da passiert. Du denkst dir, what the fuck? Und das bei den ersten zwei Folgen. Also, das ist richtig gut. Und nach diesem what the fuck, ähm, ist es dem Protagonisten möglich, stärker zu werden. Obwohl das gar nicht gehen kann. Also, wenn du deinen Ehrang hast, dann hast du den dein Leben lang. Kannst höchstens ein bisschen fitter werden, so, von der Kondition her. Aber niemals krass aufleveln, das gibt's einfach nicht. Aber er kann es jetzt. Und daraufhin levelt er hoch und du bist immer dabei als Zuschauer und liebst das halt. Ja, und wie gesagt, wird sehr gut mit Suspense gearbeitet. Und kann ich dir auch nur empfehlen. Richtig geil. Einfach nur richtig gut gemacht. So, ähm, ähnliches, ähnlicher Anime. Wo gibt's deine Animes alle? Wie bitte? Wo gibt's die Animes alle? Alle, die ich dir nenne, bei Crunchyroll angucken. Wow. Und auch mit deutscher Synchro. Ähm, ähnliches Prinzip, nur ein bisschen in die Gaming-Richtung ist, äh, Shangri-La Frontier. Da geht's um, ich sag mal, ne Art Pro-Gamer. Also, er ist halt ein guter Spieler, einfach nur, weil er immer Trash-Games gerne spielt. Also, der spielt die shittigsten Spiele, die es gibt und er liebt das. Mhm. Und, ähm, ist darin sehr gut geworden. Weil er halt, weil die Spiele oft sehr unfair sind oder du musst hier klitschen oder die sind halt sehr schwer, weil die halt schlecht gebalanced sind. Und, äh, daraufhin ist er sehr gut geworden. Und irgendwann wird ihm da so geraten, hey, spiel doch mal dieses professionelle, gute Spiel, obwohl er das gar nicht so gern machen würde. Aber da hat er sich überzeugen lassen und das sind halt so VR-Spiele. Also, ganz wichtig, du gehst dann in diese Welt rein und spielst dann halt dein Beat'em-up oder irgendein anderes Game. Und da ist es halt so ein richtiges, äh, MMO-Onlinespiel, Open World und, äh, sehr realistisch, sag ich mal, in dem Sinne, aber im Fantasy-Setting. Und er denkt sich so halt, ich bin Hardcore-Gamer, was bringt mir eine Rüstung? Ich nehm einfach nur Waffen, ich skill alles in Waffen und in Angriff und in Glück. Und, äh, der spielt das Spiel sozusagen unnötig schwer, kann man sagen. Also, er skippt schon mal die Tutorial-Stadt und kämpft sich dann so gegen Monster durch, die du eigentlich erst mal besiegen solltest, wenn du schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Aber er zieht's einfach durch, er macht das halt und, ähm, wird dadurch auch, sag man mal, bekannter. Aber das ist halt so der Reiz, dass er immer in die Extreme geht und, ähm, möglichst immer den nächsten Kick sucht. Und im Verlauf des Anime entwickelt sich dann auch ein richtig cooler Bossfight, der so richtig mit Triggern und alles gesehen hat, so richtig wie ein Game. Und ich liebe, dass da auch viele Gaming-Begriffe verwendet werden, die man so kennt und damit auch nicht so, so gewollt wirken, sondern wirklich, da ist ein Gamer dahinter, der das kreiert hat. Also, der hat Ahnung von Gaming und benutzt nicht nur so Begriffe, um den Anschein zu wecken, das wär jetzt irgendwie ein Game. Das respektier ich sehr. Also, an dem Anime richtig gut gemacht. Hat auch ein geiles Intro oder Intros, die knallen gut rein, so Metal-mäßig. Und, ähm, ja, das ist meine Empfehlung an Shangri-La Frontier. Und dann ansonsten kommen wir zum letzten Ding. Ähm, das ist, finde ich, die, äh, der beste Anime. Was Isekai angeht, so die, ich sag mal, die Königsdisziplin. Äh, heißt Mushoku Tensei. Jobless Reincarnation als Untertitel. Und, ja, klassischer Isekai, er stirbt. Ähm, war vorher so ein Nerd, so 30 Jahre. Ja, hat nichts viel aus seinem Leben gemacht. Ist halt ein Hikikomori. Du und ich, sozusagen. Du und, ja, genau, äh, du und ich und Dave, so Hikikomori-mäßig. Und, äh, ja, wird wirklich wiedergeboren. Also, er fängt von null an, wird geboren, äh, hat aber noch sein Wissen von seinem 30-jährigen Gedächtnis. Ah. Und, ähm, das ist erst mal so ein klassischer Isekai-Fantasy-Setting. Er wird immer ein bisschen stärker und erlebt so Sachen. Und wächst immer weiter heran. Also, das ist wirklich so eine Art chronologisches Größerwerden von dem Kind. Ähm, und das Besondere aber an diesem Anime ist auch, dass es auch so Themen aufgreift, die, ähm, ein bisschen so sozial sind. Also, ähm, dass dann der Vater auch mal fremd geht. Oder, ähm, dass, ähm, ja, Mobbing ist auch mit dabei. Man möchte gegen Rassismus vorgehen. Ähm, Impotenz kommt vor. Also, ich hab noch nie ein Anime gesehen, wo Impotenz irgendwo eine Rolle spielt. Ähm, alles so Themen, die eigentlich so in, in Slice-of-Life-Sachen gehören. Und es ist auch eine Art Slice-of-Life-Anime. Und den guck ich aktuell wieder mit meiner Freundin. Und die liebt den. Die liebt den Anime einfach abgöttlich. Äh, weil die Erzähldynamik sehr gut ist. Also, die Story-Arcs sind immer recht kurz, aber die sind trotzdem sehr gut. Also, ein Story-Arc, der erste, geht vielleicht sechs Folgen, weil, das, weil er dann noch von zu Hause aus groß wird. Und dann gibt's immer noch ein paar Reisen. Ähm, es sind immer kurze Geschichten so in dem Sinne. Aber es ist trotzdem echt spannend. Also, Konfi, Isekai, äh, overpowered ein bisschen. Ähm, er hat einen kleinen Vorteil so, weil er ja seinen Wissensstand von 30, von vor 30 Jahren hat, von der reellen Welt. Und super Charaktere, ähm, nahbare Themen, wie gesagt. Weil er ist in der Fantasy-Welt. Ist in der Fantasy-Welt. Ähm, es gibt dann auch, ähm, so Debatten, ähm, ja, Konflikte entstehen, wo ich sage, das ist so gut, äh, gedacht, weil die eine Figur halt diese Motivation hat und der Protagonist die andere Motivation. Und das gleicht dann so ein bisschen dagegen. Aber es ist trotzdem für beide Seiten nachvollziehbar. Und es ist nicht so eindimensional. Es ist einfach, es hat eine gute Tiefe. Und, äh, das ist definitiv ein Anime, den musst du gucken, äh, Huggy. Das ist einfach ein, ein so seltener Isekai, äh, den ich, ich wüsste keinen vergleichbaren auf dem Niveau. Also es gibt gute Isekai, aber nicht auf dem Niveau. Genau. Da guck ich das halt an. Genau. Da war ich halt nicht irgendwie in Urlaub und hab eine gute Zeit, sondern guck ich da. Na, du kannst da im Urlaub auch gucken oder am Strand, äh, nimmst den Tablet und hast deine Folgen schon gedownloadet und dann guckst du dann ohne Internet am Strand die Anime-Folgen. Guter Tipp. Genau. So könnte man's machen. Ja, das wär's soweit von meiner Seite. Ähm, Huggy, hast du noch irgendwas Anime-mäßiges? Nichts, okay. Aber ist ja nicht schlimm. Habe ich irgendwann ein Anime geguckt in letzter Zeit? Nee. Anscheinend nicht. Irgendwie nicht. Nee. Das sind vielleicht ältere Sachen oder so. Nun gut, ähm, ja, dann Huggy, ähm, ich werd mir jetzt ein Eis holen. Oh ja. Und, äh, willst du auch eins haben? Ja. Bringst du mir eins mit? Genau, und dann, dann komm ich gleich wieder und dann können wir, ähm, dann können wir weiterreden. Denk ich mir, ne? Ja. Gut, dann, äh, Huggy, äh, bis, bis gleich. André, bis gleich. Äh, Zuhörer bis nächste Woche. Die Zuhörer können sich ja auch ein Eis holen. Genau. Merken halt für die nächste Folge dann. Genau. Gut, dann bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.